Hallöcher Freunde, Willkommen zu einer neuen Runde Koblerprojekt mit dem Swifty, mit dem Artie, mit dem Major, mit dem Dwarf Slp. Hallo und so! Hallo! Erster, erster! Hi! Ach, und der Major ist wieder zu schlau zum Hallo sagen. Der Dutch, der kann das ja gar nicht wissen. Wenn ich vielleicht die Taste drücke, wenn ich das sage. Normalerweise sagen wir zum Beispiel der Swifty, dann sage ich Hallo, damit jeder weiß, wo die Stimme zu wem passt. Ja genau, außerdem ist es zu synchronisieren einfach. Aber hier ist ja egal. Oh, das wüsste ich ja nicht. Sorry, du mir lebt. Sorry, ich habe dir auch nicht gesagt. Ich bin nicht so schlimm. So, Swifty, willst du die Veränderung deiner Zuschauer, die Veränderung im Dorf, deine Zuschauer präsentieren? Zum Beispiel mit dem Taubertisch und so und den Höhlen und so und scheiß und so? So, dann deine Folgen gucken. Robi, warst du ein Helm? Sie sollen deine Folgen gucken, verdammt. Sie sollen deine Folgen gucken, ganz einfach. Ich komme gleich gucken. Ich komme gleich, ich bin gleich. Ich mache gleich. Moment, aber wie viele Diamanten habe ich? Ah, scheiße, zu wenig. Schade, tut mir leid, Swifty. Ich wollte gerade noch Diamanten zustecken. Wie viele hast du? Aber ich habe leider nicht mehr genug. Wenn du mir noch einen Diamanten reinsteckst, Platz, ey. Okay, Freunde, heute habe ich mich ganz spontan umziehen. Wir gehen in die Mine. Wir gehen ein bisschen um die Mine. Wie viele Dias hast du denn? Ich hatte mehr als genug. Ich hatte irgendwie 13 oder so. Jetzt habe ich nur noch drei. Weißt du, wie viele das ich habe? Ja, wie viele denn? So, der lacht mir, das ist ein Steck. 46. Ja, er hat aber auch eine ganze Höhle ausgehöhlt. Das ist eine leidige Leistung. Das kann das auch. Ja, das war Stripminer auf Extrems. Das war nicht einmal lustig. Ich sage es ganz ehrlich. Das war nicht mehr lustig. Seine Zuschauer, tut mir leid. Verdammte Achse. Nein, ich habe es nicht aufgenommen. Das habe ich offscreen gemacht. Das habe ich auch angemerkt, weil das kann man keinem antun. Oh, ich will auch mal was offscreen machen. So gesehen habe ich das Diamantenform aufscreen gemacht, weil die Aufnahme total abgekackt war, weil mein Rechner mitten in der Aufnahme abgeschmiert ist. Und so wie Fraps ist, ist die vorhanden aufgenommene Datei total für den Arsstand. Nicht wiederverwertbar. Cool, ne? Ja, das ist Fraps, das ist super. Die Ausrede kennen wir schon. Die Ausrede? Achso, habt ihr die Ausrede? Die Ausrede ist ausgelutscht. Ist sowas von, also... Habt ihr sie auch schon benutzt, ja? Die Ausrede. Achso. Das ist ja keine Ausrede, ja? Nein. Nein, das wirklich nicht. Überhaupt nicht. Das ist keine Ausrede. Ich will Quarzblöcke machen. Bin in der Hitter, ich brauche Quarz. Ja, und ich brauche meine Klampen. Achso, wir haben ja ein Portal, ne? Ja, ich war schon die ganze Zeit an dem Portalraum dran. Haben wir hingezimmert letztes Mal. Mir fehlt mal die. Aber es hilft hier keine Quarzen. Nein, nein, nicht mit Quarzquarzen. Oh, das muss sein Pudding. Aber ich hätte eigentlich noch ein paar Stecks Quarz heraußen gehabt. Ich bin nur so zur Info. Hm, ich bin nicht. Aber ich bin jetzt gerade im Neder. Quarz ist eine gute Idee für meinen Boden. Ich habe schon wieder einen Geist auf den Ohren. Geist? Oh, Geast. Geast. Achso. Oh, und ich habe irgendwie einen Meter auf dem Ohr. Einen Meter, was summt. Oh, Alien Action. Ja. Ja, eine Map kann ich mir auch kräft. Ja, aber ich hatte eine Anti-Mail. Nee, Kräften, sagt er ja. Kräften. 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 Ja, da muss es. Ey, da, 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 wie in einem Penis wachsen. Oh, Smarag. Ey, ja, hier. Ich habe einen Smarag. Ich habe eine Map. So, so, so. Ich habe eine Map. Wow. Wow. Das ist geil. Das gefällt mir, das behalte ich. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir, die Lampen haben wir, die Achso, das ist Eddie. Geil, das war so. Oh, das Server legt immer mehr, Leute, was macht ihr denn? Danke. Ja, ich habe gerade gemerkt. Ja, ich habe gerade gemerkt. Das passiert mir schon immer öfter. Ich habe gerade im Nid... Ich habe auch schon eine, die ist schon komplett gerendert. Meine auch. Ich habe gerade im Nid da abgebaut, auf einmal war alles wieder da. Cool. Ja, ich bin auch zurückgebrotet worden. Das ist mein Smarag. Oh, naja. Was ist denn? Ich habe eine Map. Ja, cool. Wir spielen viel zu selten. Ich bin schon richtig, ganz ehrlich. Ah! Selberfische! Heiß! 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 Oh! Heiliges Wimmerkind! Alter! Ach, Swift ist ein Nether. Das Portal? Im Nether, genau. Scheiße! Also, der Portalraum würde... Würde ich mal sagen, fällt auf. Ja, das hat ein bisschen... ...n... Direction mit dem Game. Brauche du woher bist. Das ist Quarzblöcke rundherum, also es fällt auf jeden Fall auf. Ach, da hat's gefunden. Ups. Oh, hier bin ich ja richtig erschrocken. Das ist bei der... ...Glaserei. Bei der Blaserei, genau. Äh... Äh... Eine Blaserei. Ja, mit Puff. Ähm... Ja, bei der Blaserei. Weißt du was? Weißt du was mir gerade eingefällt? Der Silo, der hat doch Urlaub. Den kann man doch mal einen TS holen, so ne? Ja, den kannst du mal fragen, ob der Zeit hat, weil ich hab grad keine Hand frei. Das, ja... Du Sau. Ja, das Ding ist, äh... Ich hab mein Handy nicht auf Dings, das ist ja lustig. Du hast dein Handy nicht auf Dings, hab ich auch manchmal nicht. Ja, auf Vibrationen, damit es auch schreckt. Eeeh. Vibrations. Bääääääääääääääääääää. Wir haben ihn weg. Sag mal, muss ein Bogenarzt rein ins... Ja, guck mal hin links. Und noch links. Ääh, sieh ihn weiter, ja. Da! Ääh... Siehst du? Die haben ihn weg. Ey! Was hast du? Hier! Also echt braucht man nix von in der Aufnahme, jetzt braucht man kein Schwein zu, KEIN SCHWEIN! Ich versuch's dir zu schreiben, aber ich bin zu blöd dazu. Was? Stöcke quers und dann einen Faden ausrufen. Dörter Wecker? Wo? Was denn? Ja, es war eigentlich... Ich hatte eine andere Frage, aber ist ja egal. Nein, hau raus, ich hab dir nicht was zu sagen. Weil irgendwie einer den ganzen rumschreibt, MEB! Ich hab ne Meb! Jetzt bin ich gerade so weit, dass ich... Ja, danke, jetzt brauch ich die. Jetzt hat erledigt, hat sich erledigt. Habt ihr schon gewusst, Teufel hat ne Map? Ganz mit Ruhe und Grinsen gesprochen! Ich hab ne Map! Ich hab ne! Oh! Health Pission! Kannst du jetzt die ganze Zeit sagen, das war ange... Ne, war's doch nicht. Schnauze! Schnauze! Health Pission! Health Pission! Ich hab Health Pission! Ach! Peace! Tut mir leid, Jungs! Tut mir leid, ich war's nicht. Oh! Äh, scheiße! Wer fand's das noch ne super Idee, dass wir alle zusammen aufnehmen? Ich hab keine Kohle mit, hab aber ne Workbench mit, aber ich hab keine eigene Spitzake mehr. Ich hab allgemein keine Spitzake mehr, ich bin richtig gefickt. Du bist gefickt! Doch ne Blaserei! Steigen! Nein! Jetzt muss ich gucken, wie ich hier rauskomme! Das ist meine Blaserei nicht! Steigen mit! Hey! 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 Mal! Mein Handy ist an! Ja! Das meins ist auch einer, aber auf Stumm! Der meiht aber! Dann hör's mir an, wenn Leitern kaputt gehen! Oh! Du hast ja jetzt, was denn der Korb gebraucht ist. Ah! Ich bin in TS und nehm mir jetzt das Korbler-Projekt. Auch damit du Bescheid weißt! Ne, wir, wir, wir haben ja Korbler-Projekt mit aufnehmen, haste gefragt! Ah! Ja! Ich hab keinen Eimer mit, aber hier ist Lowei! Ich hab einen Eimer! Latch hat mir die Nacht um, wann hast du mir geschrieben, um halb eins? Was? Wollen wir nochmal zusammen zocken können. Was? Das war nicht, nein, so spät habe ich sie nicht geschrieben. Du hast so spät geantwortet, ja. Ich habe mir gar nicht geantwortet. Hast du nicht? 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 Ach ja. Ach doch, das war um 0.19 Uhr. Ja genau, so kurz vor halb eins hast du mir geschrieben, da war ich am schnell links am pennen. Hast du nicht, der geht so früh ins Bett? Ja, ich war fertig vom Wochenende. Oh ja, dann musst du doch sagen, wir denken alle, du bist wach. Ach gut, dann schreibt man dir halt so spät eine Nachricht. Hast du geil? Und man bekommt keine Antwort, komisch, ne? Außer Katzen, gut. So. Ja, ich brauche die Setzlinge dafür am besten sogar. Ja, hab ich davon fünft. Ja, her damit. Ja, hab ich extra fertig gebaden. Ich geh mal baden. Gepflückt. Wir sind ja mitten in der Aufnahme, da kannst du nicht baden gehen. Das ist doch... Oh mein Gott. Oh Mann, ich hab die... 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 Ich hab die auch schon sehr sehr viel Lava gehoffen gehabt und hier ist ganz viel obsy. Absydien noch. Absydien noch. Absydien noch. Warum schmeißt du denn die DIR Hacke in Lava? Den DIR Hacke. Fuck, Alter. Richtig gefickt. Ja, wo soll ich die das hinpacken ist? Setzlinge? Komm hier auf keinen grünen Zweig. Warte mal weiter. Ach, die Magische Blitzplatte. Fabio, Katz, Katz! So? Oh, ich bin... Oh, also Fabio, ist die grad hier in der Nähe von mir. Ja, ich hab heute dabei. Guck mal nach unten. äh, ach da unten ist dein Name, wo komm ich dann? Jaaa, kannst du nicht, erzähl dich hier irgendwo runter bitte Warte, warte ne, ich baue doch nicht bei dir runter warte, ich baue doch nicht bei dir runter in deinem Haus nein, stimmt, du hast recht wir hätten irgendwo da so einen Eingang was ist das so? ja, das geist dir den Namen nicht mehr ich dann schon ich find hier keinen Quarz an ich hab mich gesnied gehabt ich find keinen Quarz mehr er trotzt sich den Namen nicht äh, für Quarzblöcke zu machen, jeder Quarz ähm er hat was geschossen au wo wirst du denn? oh oh, ich hab keinen Spitzer dabei aber Holz ja, ich brauch ne Spitzer ja, brauche ich das Holzchen hier ist alles los mit der Midlockshake oh, ich versuch jetzt hier rauszukommen was sucht ihr? warte, 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 ich grad mich grad runter das ist das Evil Pig der Cousin vom Evil P äh, Evil, äh, wie heißt das Ding Evil Chicken warte, 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 warte wo bist du denn? oben rechts oder, ja, nur rechts warte, 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 warte du kannst, du kannst Nacht oder was? wieso geht denn keiner pennen? ja äh, weil wir alle eine Miene sind na, ich... au wie können wir nur? komm ich raus und dann hab ich schon ein Spitzer vor der Nase ich hab, äh, keinen Spitzer mitgenommen aber hier ist Holz nee, ich brauch nur Holz Lippencreeper vor der Nase warum wird Plakasten uns zu bauer? weil ich kein Holz brauch oh ich hab genug davon tschüss äh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal äh, kannst du mir gleich Diamanten runterbringen, meine drei na, zombie zombie creeper boom lauf, swifty, lauf haben wir eigentlich Block Damage wieder aktiviert? ok, ich hab ne mehr App äh, keinen blassen Dunst also, ich liege im Bett nur so zur Info ja, ich geh auch das ist creeper das gelett vor der Tür nee funktioniert nicht ähm, was läuft denn überhaupt ohne den Dutch rum? doch, hat funktioniert wo drin die Sticks denn? hä vor allen Dingen ist das Gelett mit in die Bune gekommen geht's doch? ich hab die also, wo ist der creep? wo ist der creep? ach, hinter mir ja, genau ich bin gleich wieder nee, der ist weg so pfff da nicht hat die ganze Perazombombe was glaube ich mit dir, Mann meine drei, die ich oben hab hast du noch drei? ja, ich hab noch drei eine Kiste du ja ich hab noch eine Kiste ich hab noch eine Kiste oh fuck jetzt hab ich wieder keine Schaufel mit fuck hat man eben grad Tage gemacht ne, ich bin im Bett gelegen, ey, ja ich bin im Bett gelegen ich bin im Bett gelegen ah mit so wo denn in der Aufnahme weckt Trummer und die Sogen das ist schön ich geh mal ein bisschen Holz klatschen mit gemütlichkeit mit Ruhe und gemütlichkeit so, bei mir in der nächsten Folge seht ihr wie thrifty sein Haus ausbaut yay nächste Folge, wie viel wir nehmen doch erst 13 Minuten auf, oder nicht? ja, genau in der nächsten bis ich fertig bin mit Holz klatschen ist die nächste Folge oh 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 nein, nicht bumm obwohl doch, doch, kann du machen, du kriegst nur den Schaden ha los rum alles mal mit gemütlichkeit oh, ich hab ja richtig ne Urwurm Urwurm ey, Slime hab ich ja rennt keiner rum ja, ich hatte auch Probleme, ich hab auch ein paar sticky Pisten noch, brauchst du sticky Pisten, oder wie? sticky Pisten würde ich brauchen oh, Mailchart gesabbert ja, du kannst in meiner Kiste ein paar rausnehmen ein paar, nicht alle wo hast du die ganzen Slimes her? die waren ja alle in der Höhle die waren ja alle in der Höhle ja das ist so, darum habe ich den Scheiß auch genommen ach, deshalb sind wir im ganzen Suppe hier gar keine ok na, weil sticky, ich hab bis jetzt erst 2 Slimes und brauch für meine Monsterfalle mindestens 6 wenn nicht sogar 8 sticky Pisten sehe 6 sticky Pisten? hab ich ey, was hast du denn vor vom Bauern her? Vielleicht könnte man da ein bisschen sparen ich hab ich hab alles ich hab alles zusammen bis auf die äh, Slimes eigentlich äh, Dominic ne, ich meinte, ey, was für ein Konzept du dir überlegst für die Falle da weil da könnten wir eben, äh Dinge ins Material sparen da kommt wieder der Sparfuchs raus ja, ja wie gesagt, ich brauch kein Material lokalisiert in Baden-Württemberg genau für die Falle brauch ich kein Material mehr da ist alles fertig nein, ich meinte, ähm wegen den Pistons da hab ich ja die, das Material, kann er sich gerne aus der Kiste holen? was geil, ich hab ihn mit ja cool, freut mich für dich das einzige, was mir noch fehlt, ist, sind Slimes sonst hab ich einen ja, äh, guck mal was in der Kiste wer ist für ein Konzept, dass du vor, damit du halt die die 6 was für ein Konzept ich vorhatte, damit ich die Slimes kriege, oder wie? nein, ne, die du willst doch 6 Pistons verbauen inwiefern willst du die verbauen? äh, die sollen die Monster zerre quetschen boah, das Server lag grad wieder, kann das sein? ja äh das Server? wir können vielleicht dran liegen, dass ich AADW bin AADW? am Arsch der Welt ach so ach so, äh ne, sag dir doch, ich bin nicht so die hellste Böhne, du ich hab dasselbe wirklich kapiert ok, dann bist du halt ne Energiesparschlampe aber wenn ihr so ne ausdrücke bitte nicht in der Gegenwart von kleinen Kindern ja, ist das kleine Kind sagt er, wo am meisten sowas bringt wauw, wau denn les Nein, 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 nein! Da kommen nur nach der Kapit grijenbirger und so. Nein, 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 nein! Heiß, 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 heiß! Uuuh... So! к00m Wix ich wisse Meck, ich finger den Script jetzt weg! w600 Uuh... was muss ich nicht! Das ist geil! Wo soll ich jetzt die Selbstgingenspack? äh pack pack holzkiste also die zweite ja ich weiß wo sie ist wo er weiß besser wo meine Sachen drin sind also dann würde ich mir Sorgen machen ich nö ich hab kein System irgendwo brummt mich da die ganze Zeit ein Zombie an kommen also äh Addy du kannst mir in der zweiten Kiste rechts also da sind die Sticky Pisten drin äh wie viel brauchst du Sticky Pisten? ja 16, 17, 8 er brauchst 8 8 24 er hat das Stück ja 24 die Pisten habe ich noch nicht ja wie gesagt 8 8 werden schon Hammer für die Monsterfalle ja ich habe ihn auch verbarkehlen 9 naja aber eben da haben wir dann ziehen